... zum Überleben. Und wir zeigen Ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das konnten Sie uns niemals geben. Wir? Wollt ihr unser Vertrauen? Dann verdient es euch. Hier ist Mark Copland für Radio Free Oregon. Glaubt, wir lügen nicht. Grossartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann, das hab ich nur getan. Grossman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden Einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan, Deacon Ende. Das hilft bestimmt. Wer ist da? Da kommen! Lütze da! Lütze da! Lütze da los! Versteckt sie! Ousmane, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Gegen Ende. Ousmane, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleichen eingenistet. Dann leg jeden einzelnen von den scheiß Kerlen um. Ja, das war auch der Plan. Die Gnerven getroffen! Geht weg ab! Komm schon! Nein! Erwischt! Man verlässt dich! Hat mich erwischt! Nein! Nein! All right. Irgendwann. Was ist das? 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 Was ist das?